Seit Wochen sind Sie unterwegs für Süßes und ein Bixle-Keks. Sie kommen gleich zur Tür herein. Willkommen, die zwei Sternsinger, hier in Gundelsheim. Sagen wir mal, hast du einen Vogel, mir nicht einmal das Ding zusammenbauen. Außerdem im Februar als Sternsinger ging ich schon mal gesagt, hat keinen Wert. Lenn die Weisung erhalten, die Botschaft ins Lenz umtragen. Also, tu den Stern auf. Gekommen sind wir zu berichtende Ereignisse, die uns im letzten Jahre widerfahren sind. Ihr Schwaben, reigschmeckte, Karnevalisten und auch alle anderen Fasnetzpilger, wir bitten euch, erhört uns. Wie die Schelle schellt, Garret? Die soll doch Bim Bam machen. Ja. Dann macht ihr die Schelle. Immer wenn wir das hochheben, dann singet ihr Bim Bam Abrau. Jetzt probier wir das. Achtung! In Bam Abrau! Hui! So gut ein Schelle hämmer noch nie gehet. In der dritten Welt wird der Urwald abgeholzt, damit ich dort noch größere Rentvieherter halten könnet und die westliche Welt genug Fleisch aufm Teller hat. Im Bam Abrau! Wieso? 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 In der Politik sind genug und ich noch ein Geheiratet. Mensch! Da meint mir doch das Bauernsterben damit anlassen. Ach, das Bauernsterben? Ja, das stimmt. Das stimmt. Weil der Hennekarle von dem Aussiedlerhof ist letztes Woche angestorben. Nein! So meint mir... Du bist zu blöd! Du bist zu dumm zum Loch in den Schnee hineinbrunzen! Draußen... Draußen hat's geklappt! Ja, ja! Es gibt bald bloß noch große Mastbetriebe und dort wird das Vieh mit Genfutter und Antibiotika hergemächtet. Ein 100 Gramm Schnitzel isch meh an die Biotika darinnen, wie in oem Arzneimittelschächtele! Ja, des isch ja gschitt. Da kriegst du vom Arzt in Zukunft ein Rezept fürs Wiener Schnitzel im Ochsen. Quatsch! Du sollst kein Fleisch mehr essen, weil die Menschheit vergiftet sich selber! Ja, dann fang's am besten mit dir an. So wie du mich heut Morgen behandelt hast, brauchst du bloß 11 mal auf die Zunge beißen. Also! Was man heutzutage nicht alles für Krankheiten durch das Essen kriegen kann, da muss schon beim Einkaufen aufpassen und Obacht geben auf Gluten, Fungizide, Pestizide, Genmanipuliert, Histamin, Fructose, Laktose, LSKatastrophe! Bimba! Gell, Schätzli? Und wegen dem essen wir ja Bio! Und bloß noch vegetarisch! Also, i ess Fleisch, weil mir den einfach die kleine Tofule leid. So ein saudums Geschwätz! Tofule den ihm leid! Könnt ihr sagen, ab morgen hab ich mir sogar überlegt, den wir vegan essen! Sprossen! Algen! Dinkelbällchen! Hörsebreile! Sag mal, was machst du denn da? Nix, nix! Weißt du, wie der Tofu am besten schmeckt? Musst du in der Pfanne ein bissle Olivenöl rein da und ein bissle Antime an und dann heiß anbraten und wenn er grad so eine kleine Kruste kriegt, dann muss ihn ganz schnell mit der Schweinele in der aus da schauen! Sag mal, das begreifst du, des grünes Essen isch gesund! Ja, könnt ihr euch sagen, mein Essen hebt der Schwanz und scheiss auf dein Essen. Sag mal, du hast doch da ebbes. Ja, ich glaub ich's denn. Beige stecken, die werden konfisziert, du kannst ab morgen, die kriegst du bloß noch gelbe Riebe, die werden wegnommen, dass das klar ist. Spinnst du? Nein. Die Menschheit hat sich doch nicht an die Spitze der Nahrungskette geimpft, dass wir denn die Viecher alles wegfressen. Das ist doch mirwurst, das ist gesund. Wir sind ja schon viel weiter, tu mal das Stirn auf. Die Bundesrepublik Deutschland feierte im Herbst den 25. Jahrestageses Mauerpfalz. Im Kammauau. Das ist schade, weil die Mauer, die hat schon auch ebbes Gutes gitt. Wieso? Wir waren doch vom Westen, wir im Westen waren doch unterwandert. Guck mal, Bundespräsident aus dem Osten. Ein Pfaff. Bundeskanzlerin aus dem Osten. Physikerin. Und dann nehmen sie uns im Ausland auch noch den Papst. Ja, aber den Bundestrainer Jogi haben wir Weltmeistertrainer. Ja, super. Ein Badener. Die Welt wird einfach globaler. Wir rücken immer enger zusammen. Ach was. Ja, auch wenn es die Badener sind. Mäli, dann meinst du, es mischt sich alles. Mischt sich alles? Dann hab ich a super Idee. Ja, ich bin ein Spinn. Dann schlafen wir zwei heut Abend mal rücken an rücken. Und von vorne lad ich mir der Thomas Strobl ein. Ha! Das gehst machen, dann hast du noch einen Verlierer im Bett. Was spinnst du? Das tut dem auch weh. Und mir tun es weh, dass man in Stuttgart fast nichts mehr Schwäbisches hat. Schau mal. Für Türke hat man Ober- und Unter-Türkeheim gebaut. Für den Ostblock der Pragsattel. Für Amerika. Ja, für die Ami hat man L.A. gebaut. Leinfelde-Echterdinge. Und für die Italiener hat man jetzt in Stuttgart ein extra großes Einkaufszentrum nachgebaut. Das Milano. Ja, glaubst du, dass die Italiener in Mailand von uns da ein Zentrum nachstellen? Und denen das Stuttgart auch. Nie im Leben. Und apropos, ich war frei letzte Woche dort in dem Milano. Ich hab gedacht, bevor der erste Lade zumacht, kauf ich mir ein Hebewerk. Ich hab mir geschwind eine B-Hähle gekauft. Eine B-Hähle? Ja. Seit du letztes Jahr so abgenommen hast, hast du gar nichts mehr zum Neidern. Ja und, du hast doch auch eine Unterhose. Die NSA hat jetzt den ehemaligen EU-Energie-Kommissar Günther Oettinger als weiteren Agenten rekrutiert und ihn in das Projekt Ausbau der Datenschnelligkeit in der EU eingesetzt. Das ist klasse, da kann man wenigstens brauchen. Weil wenn einer so schnell schwätzt, wie die IT-Branche, wie die... Wie heißt das jetzt? Wenn einer so schnell schwätzen kann, wie die Daten in der IT-Branche fliessen... Ja, hätt's doch den Satz... Ist doch nicht so schwer. Hätt's doch den Satz gleich g'sagt, brauchst du ihn doch mir nicht reinschreiben. Sag ihn doch du gleich. Männchen, Skit. Wenn du besser neigerede g's wie ich. Ich hän denk, die geb dir halt auch ebis mit nebenan mal. Ja, freilich. Männchen, Skit. Für manche Politiker ist die Datengeschwindigkeit eh schnell. Guck mal, den ätzte mir. Macht er auf seinem Balkon ein Selfie. Bis der gmerkt hat, dass hinten die Marihuana-Staute zum Seher is. War das Ding schon im Netz. Der ätzte mir, das is doch der, der ein Schwab sein will. Das isch ein Schwab, der isch aus Urach geboren. Alois, ich sag dir was. Wenn eine Katze in einen Fischladen einen Junge kriegt... ...na sind isch noch lang geute Hering! ...no hier, der ist bei der Katze in den Kretsche. Jus-Wetchen, bis die Katze in die Katze in die Katze. Kein Kleiner, der ist bei der Katze. Weisst du, damit wir mal rauskriegt wurden, wie die neue Fahrradwäge baut? Weil die Kräne wollen unbedingt ein Fahrrad statt Sturgut machen. So wie in Tübingen. In Freiburg, das funktioniert nicht. Was könnt ihr sagen? Bei Sturgut geht's liberal den Buckel auf. Da brauchst du noch ein E-Bike und dann musst du gleich eine Tankstelle bauen. Ja und? Und dann, wenn du einkaufen gehst, wie bringst du noch die Guggenhalme von Milan an? Ja, ich guck doch bloß! Früher hain ich daheim den Einkaufzettel geschrieben und dann bin ich in den Laden gegangen. Jetzt geh ich ins Milano und guck ich, was es gibt. Dann fahr ich daheim mit meinem Rädli und daheim bestell mir's im Internet. Und dann kommt jeden Tag ein knackiger junger Mann zu mir mit dem Lieferwägele und trägt mir mal Sachenarschnä. Das ist doch genial! Ja, das ist dir gefallen, wenn man dir Sachenarschnäer trägt. Das hain ich schon gemerkt. Aber noch ist wenigstens gespart für unser Auto. Wir brauchen kein Sprit. Unser Auto verbraucht kein Klima. Und du hast gleich ein bisschen Bewegung gemacht. Ja, das kennst du auch. Statt Aufzug fahren kennst du nämlich Treppenlauf. Aufzug! War ich mit dem letzte Woche eingekaufen. Dann steh mir in dem Aufzug drinnen, kann ich sagen. Dann im vierten Stock, haltet das Ding an, steigt eine Dämme von Welt ein. Riecht hervorragend! Und ich sag, darf ich sie mal fragen, was schmeckt sie denn? Dann seht ihr ja noch Schlussparfümerie. Sanneller Nummer 5 50ml 278€. DDR40 können wir nie zahlen. Im fünften Stock kommt schon wieder eine rein, riecht. Das ist auch nitschlecht. Da war's mega zieh. Da seht sie ja noch, DM-Mark, Lacoste, 50 Milliliter, 29,90. Im achten Stock steige mir aus. Lässt mal alles einfahren. Und im Nausgange seht ihr... Aldi. Brokkoli. 500 Gramm. 1,99. Hello! Komm! 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 Darf ich... Darf ich vorstellen... Die heiligen drei Könige Kaspar, Melchior und Balthasar? Ne, halt einmal! Die sind ja bloß zwei. Der Kaspar fehlt ja. Also wenn ihr noch einen dritten braucht... Einen Kaspar brauchen wir doch, ja? Der Bernd hätt sich bereit erklärt, nächstes Jahr mitzumachen, ja? Meine Damen und Herren, ich darf Ihnen vorstellen, unsere Sternsinger Elsbeth und Alois Gscheitle, Birgit Pfeiffer und Markus Neuweiler vom Backnanger Karnevalverein. Lieber Markus, das ist für dich. Das hast du dir reglich verdient. Borossit, ist ein Großglas, gell? Ja. Mit mir wundert's, dass noch kein Protest kommt von ganz rechts außen. Oh, das ist ein Schnaps. Das ist ein Schnaps gewesen, ja. Und das ist jetzt ein Wollt, so Bier. Getraust dir das zu, Birgit? Ich bin mit einem Gesundenzumperl. Du trinkst ja schneller wie unser Bernd Lippa. Das hat er mir rückschafft. Auf die Sternsinger ein, dreifach Donnern ist. Gundelsheim! Hellau! Gundelsheim! Hellau! Gundelsheim! Hellau! Und Ausmarsch. Ein herzliches Dankeschön. Daapplaus. Vielen Dank.